...gekrochen kommt. Hey, ihr alle, hier sammeln! Schlagt Alarm! Zu den Waffen! Hier rüber! Genug. Ich ergebe mich. 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 Ja, ich ergebe mich. Ja, ich habe Händler Fizek gefunden. Ich ergebe mich. 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 Musik Musik Beste Grüße Lass uns über den Preis sprechen Ah, ist gut Was sagst du dazu? Darauf würde ich fast einschlagen Fast Endlich eine vernünftige Summe Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Nun, kommt drauf an, was du so tun würdest Hier kam vor kurzem Lump vorbei, aber wir haben uns um den gekümmert Hat Reliquien verscherbeln wollen, die Wunder und was weiß ich alles bewirken sollen Alles nur Tant Die Leute haben den räudigen Schwindler so schnell davon gejagt, dass ihm der Arsch in Flammen stand Bis nach Ledetschko, glaube ich Aber dort wird er auch nicht lange bleiben können Und da fällt mir ein Sicher braucht der in Skarlitz Erfolg am meisten Hilfe Ein paar von denen hocken im Kloster Hab mit Johanka geredet Die schuftet sich die Finger wund und kümmert sich dort um die Verletzten Ihr Kim, barmherziger Samariter, sicher mehr als recht Mehr fällt mir nicht ein Hast du ein Bett für die Nacht? Ja, hier ist noch was frei Für wie lange? Nur die eine Nacht Gut, aber gib mir ein paar Münzen vorab Sind schlimme Zeiten Hier dein Geld Dir wird's hier gefallen Ist wie auf einer Wolke zu schlafen Welche Zeiten Wobei Ich will das Untertitelung. BR 2018 Ach, Gott tut mir der Magen weh. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Gelobt sei Jesus Christus. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich sagte doch, ab wann du das Diadem abholen kannst. Es ist noch nicht so weit. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ich bin wirklich hungrig. Ich bin wirklich hungrig. Ich will das Diadem abholen. Ich will das Diadem abholen. Ich sagte doch, ab wann... Ich bin wirklich hungrig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will, dass dir dem... Ich halte mein Wort. Natürlich ist es fertig. Hier, bitte. Gott sei Dank hast du den Moldawid gefunden. Ohne ihn wäre es nicht halb so schön. Gott sei Dank. 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 Wie wär's damit? Mehr. Sind wir uns einig? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Na gut, einverstanden. Das war's. Was ist gut? Wir sind einig. Wir sind einig. Das ist einig. Jetzt packen wir uns einig. Dann packen wir uns dasballat. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Willkommen, Heinrich. Schön, dass... Der Herr sei gepriesen. Was beschäftigt dich? Ich bringe dir das Diadem vom Meistergraveur. Heinrich, du bist ein Schatz. Sieh nur, der Moldawid. Ist er nicht schön? Sophie wird aussehen wie ein Engel. Was wollte ich noch? Kann ich noch etwas für dich tun? Nein, du hast wahrlich genug getan. Es ist Zeit für eine Belohnung. Das ist nicht nötig, Herrin. Dass du mir deine Zeit schenkst, ist Belohnung genug. Ach, Heinrich, sei nicht so bescheiden. Ich bin dankbar für deine Dienste und auch für deine Gesellschaft. Aus diesem Grund möchte ich dir etwas schenken. Dieses Hemd gehörte meinem Vater. Er war ähnlich gebaut wie du. Breite Schultern, starke Brust. Es sollte dir passen. Aber das kann ich nicht annehmen. Es ist zu wertvoll. Eben deshalb werde ich es nicht den Motten überlassen. Meinem Mann passt es nicht und ich wüsste niemanden sonst. Außerdem, wenn du uns wieder verlässt, möchte ich, dass du etwas hast, das dich an mich erinnert. Damit du mich nicht vergisst. Dich könnte ich nie vergessen, Herrin. Nun, würdest du es zumindest anprobieren? Was? Jetzt? Warum nicht? Keine Sorge. Ich drehe mich auch um. Und wenn dein Mann hereinkommt? Wird er nicht. Und auch sonst niemand. Na gut. Es ist wirklich schön, dich hier bei mir zu haben. Ich sehnte mich so lange nach jüngerer Gesellschaft. Offenbar hat Gott meine Gebete erhört und ich zu mir... Ich bin fertig. Das steht dir ausgezeichnet. Du siehst aus wie ein feiner Herr. Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich immer viele andere Kinder und junge Erwachsene des Hofes um mich. Ich war so glücklich. Ich dachte, dass das für den Rest meines Lebens so bleiben würde. Aber Gott hatte andere Pläne für mich. Hast du und Herr Divish keine Kinder? Nein. Nein, leider nicht. Es war uns nicht vergönnt. Schon zweimal trug ich ein Kind in mir. Aber beide starben. Und nun fürchte ich, gibt es keine Hoffnung mehr. Vergib mir, Herrin. Das war falsch. Ist schon gut. Ich bin der Vielen Dank. Vielen Dank.